Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Lattenschießen. Ja, Deutschland gegen Frankreich ist nicht nur bei WM- oder EM-Turnieren ein spannendes Duell, sondern auch heute hier beim Lattenschießen, denn mein Gast ist Luca Toussaint. Hallo. Willkommen. Danke. So, wir machen ein paar Crossbar-Challenge. Wir haben fünf Shots. Okay. So, ich habe mir einen französischen Satz vorher ausgesucht, den ich jetzt hier stellen werde. Combien de fois allez-vous frapper ce bar? Ist das korrekt? Ja, ist das korrekt. Ähm, genau. Ich hoffe, zwei oder drei. Okay, er sagt zwei oder drei wird er schaffen. Genau, ich sage mal ein bei mir. Okay, wir legen los. Okay. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. So, gut luck for you? Ja, danke. Ui. 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 So, also Lukas sagt zwei oder drei, er hat schon einen getroffen. Dritter schon, oder? Nee, dritter. Ja! Okay, jetzt kann ich weiterleben. Okay, eins, beide. Okay. Ah, gerade zu Lipsch. Ähm, Fütterschuss, Fütterschuss für dich. Letzter Schuss für mich. Oh Gott! Jetzt hast du die Chance, zu gewinnen. Ja. Hoffentlich nicht. Okay. Okay. 1-1. It's okay. Thank you so much. Wir machen quasi ein Best-of. So, Edu did three last time. Okay. You did one today. Yeah. So, your lead is four to one. Okay. Okay. Also, die Profis führen vier zu eins gegenüber mir. Ich freue mich, dass ich einen getroffen habe. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. A bientôt. Tschüss. 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 Vielen Dank.